Pssst! Was? Ich kann nicht schlafen. Okay, und was habe ich jetzt damit zu tun? Du bist meine Mama? Achja, also ich habe bis eben sehr gut geschlafen. Tja. Und warum kannst du nicht schlafen, Liebes? Ist wieder ein Monster unter deinem Bett? Nein, heute nicht. Sondern? Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Wirklich? Was bedrückt dich denn? Ich habe mich gefragt, ob das Huhn zuerst da war oder das Ei. Liebes, ich würde wirklich gerne weiter schlafen, weißt du? Und ich, ich komme nicht dahinter. Also, Liebes, ich denke, es war das Ei. Und jetzt geh wieder ins Bett, okay? Aber das Ei kommt ja aus dem Huhn. Wie soll es also einfach so da sein? Weißt du, Liebes, fast alles im Leben kann auch bis morgen warten. Wir besprechen das beim Frühstück, ja? Vielleicht kann ich schlafen, wenn ich hier bei dir bleibe. Wirklich? Das ist der Dank, ja?